Moment. Hi, ich bin Silvana. In meiner Class geht es um das Konzept der Femininität. Dabei geht es nicht nur um die Hips, den Booty und das Twerking, sondern um alles was die Weiblichkeit umfasst für Männer, für Frauen. All genders are welcome. Hi, ich bin Silvana. Hi, ich darf nicht hi sagen. Hi, ich bin Silvana. Hi. Ich kann nicht so viel wackeln, weil ich habe ein Handy im Arsch. Ja, ich bin Profi. Ich tue nur so. Ich bin Silvana. Hi, ich bin Silvana. Hi. Hi, ich bin Wilds. Tja, das war. Vielen Dank.